Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns ein paar mehr Funktionen auf Listen angucken, denn wir können damit noch einiges machen und da werden wir jetzt auch dann klären, wie wir Elemente an ein spezielles Array, an einen speziellen Punkt in der Liste einfügen können, auch wenn es eine Immutable Liste ist, was die Standardliste hier ist. Wir lernen natürlich auch noch die Mutable Listen kennen und wie man dort eben Elemente eleganter hinzufügen kann. So, zunächst einmal, wir fangen einfach direkt hier unten drunter an. Ja, da werden wir uns erstmal wieder, ich weiß nicht, ich glaube, ich lagere das mal eben aus. Ich pausiere euch währenddessen. So, so ein bisschen übersichtlicher, jetzt habe ich hier oben einfach mal alles da reingemacht, dass ihr trotzdem noch alles zur Verfügung habt und ja, wir können hier dann zusammen weitermachen. Okay, wir printen erstmal uns die Liste aus, damit wir natürlich wissen, mit was wir eigentlich arbeiten. Das heißt, wir sehen dann direkt, was in dieser Liste drin steht und jetzt wollen wir diese Liste umdrehen. Ja, das ist zunächst einmal das Einfache. Also, das ist eigentlich nicht wirklich schwer. BasicList.reversed. Okay, was jetzt hier wichtig ist, mache ich, ich mache es erstmal so, dann sehen wir, okay, reversed dreht uns halt einfach die Liste um. Also, das letzte Element wird zum ersten, das erste Element wird zum letzten. Nichts besonders spektakuläres. Was ich allerdings hierbei erwähnen möchte, ist, dass sich das Objekt BasicList nicht ändert, ja. Das heißt, wir haben hier in unserer normalen BasicList immer noch 1, 2, 3, 4. Während wenn wir das Ding hier verwenden wollen, also wirklich weiterverwenden wollen, dann müssen wir das schreiben. Also, in eine war reversed list zum Beispiel. Ist gleich das Ding hier. So, und dann können wir uns diese reversed list ausgeben lassen und haben die dann auch wirklich zur Verfügung. BasicList wird nicht verändert. Das sind ImmutableListen, das heißt, ihr könnt sie nicht verändern, okay. Das ist ganz wichtig, dass ihr das soweit verstanden habt. Also, in der reversed list ist jetzt im Endeffekt das Umgedrehte drin, während die BasicList ist im Endeffekt, ähm, naja, immer noch die BasicList, die wir hier oben erstellt haben. Und, ähm, ja, wenn wir hier einfach nur BasicList.reversed, ähm, ausgeben über Print, dann machen wir nichts anderes als diesen Return-Typ aus diesem reversed, also das, was wir hier in reversed list gespeichert haben, einfach direkt auszugeben und danach wieder zu vergessen. Das ist das, was ich gerade hier gemacht habe. So, ähm, das war der sehr, sehr einfache Teil. Jetzt, der nächste Teil ist ein bisschen spannender. Ja, und zwar können wir auch Listen aufteilen nach einem gewissen Kriterium. Und dazu füge ich hier mal jetzt eine 4 vorne ein. Und, ähm, ja, das ist okay so. Ähm, und jetzt können wir hier sagen, hey, ich hätte ganz gerne eine Variable, ähm, PartitionedList ist gleich BasicList.partition. So, und jetzt braucht ihr hier wirklich Lambda-Funktionen, ähm, beziehungsweise spezielle Funktionen. Im Endeffekt kennt ihr sie schon. Ähnlich wie bei forEach werdet ihr jetzt hier eine Bedingung sozusagen eingeben können, die mit it verwendet wird. Also, it ist ja immer, bezieht sich immer auf das jeweilige Element. Und dann können wir hier sagen, it ist zum Beispiel größer als, als 1, ja. Was dann passiert ist, jedes Element, das größer ist als 1, ich gebe das hier mal direkt als Printline aus, PartitionedList, so. Jedes Element, das größer ist als 1, wird hier vorne in diese erste Teilliste gepackt, der Reihe nach. Das heißt, erst die 4, dann die 2, dann die 3, dann die 4, ja. Also, wir gehen quasi von vorne nach hinten durch. Aber die 1, die ja offensichtlich nicht größer als 1 ist, also die diese Bedingung hier nicht erfüllt, die wird in unsere zweite Liste gepackt. Aus allen Zeichen oder aus allen Elementen, die diese Bedingung hier nicht erfüllen, ja. Das heißt, it bezieht sich auf das jeweilige Element. Also, it ist dann erst die 4, it ist die 1, it ist die 2, it ist die 3 und it ist dann nochmal 4. Ganz am Ende das letzte Element. Im Endeffekt gehen wir mit it einmal durch jeden Wert durch. Und überprüfen, ist diese Bedingung wahr oder falsch. Wenn sie wahr ist, dann kommt sie hier vorne rein, das Element. Und wenn die Bedingung falsch ist, kommt das Element hinten in die zweite Liste rein. Und eben der Reihe nach, also quasi von vorne nach hinten durch. Super praktisch, wenn ihr zum Beispiel einfach mal aufteilen wollt, für eine gewisse Art und Weise von Listen. Also im Endeffekt, wenn ihr zum Beispiel hier wirklich alle Elemente haben wollt, die größer sind als 1, weil ihr damit irgendeine Berechnung durchführen wollt oder so. Die ganzen Calls, die schon implementiert sind, sind natürlich auch supermäßig optimiert. Das heißt, ihr habt ja wahnsinnig gute Calls drin, alles sofort quasi kein Problem. Und ja, das geht echt schnell. Gut, das ist das nächste, was ich euch zeigen wollte, die Partitioned List. Wunderbar. So, nächster Bereich und das wird jetzt interessant, wenn wir Elemente einfügen wollen an einem gewissen Punkt. Ich mache hier nochmal kurz das Ding rein. So. Dann kriegen wir hier die Möglichkeit, mit Chunked, äh, nicht mit Chunked, mit Slice zu arbeiten. Ähm, was Slice ist gleich. Es ist im Endeffekt eine Art und Weise, wie ihr hier eine Liste zerteilen könnt, sozusagen. Ähm, BasicList, BasicList, Punkt Slice. So, und wir nehmen die IntRange dafür. Ähm, hier können wir angeben, okay, wir hätten es ganz gerne von dem Element 1 bis 3, sagen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Achso, ich sollte vielleicht die Slice-Liste noch ausgeben. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. PrintLineSliced. So. Okay. Wir sehen hier, 1, 2 und 3 sind ausgegeben. Wo sind die anderen Elemente hin? Ähm, und vielleicht sollte ich hier mal von... Wir machen mal von... Äh... Äh... Wir machen hier mal noch ein Element rein, damit wir hier auch mal 0 drin haben. So. Ich möchte, dass es nicht geordnet ist. So. Jetzt seht ihr nämlich auch, warum. Ähm, sonst wäre 1, 2, 3, hätte man denken können, das sind die Zahlen hier drin. Weil mit Ranges kann man ja auch im Endeffekt fast eine Liste erstellen. Ähm, aber es behandelt wirklich die Elemente, ähm, hier an Index 1, 2 und 3, ja. Index 0 ist diese 4, die wird rausgeschnitten, weil wir die eben nicht mehr haben wollen. Index 1, 2, 3 bleibt übrig von dem Slice. Und Index 4 und 5, die werden auch wieder rausgeschnitten, weil wir eben hier bei Slice nur diese Range hier angegeben haben. Okay. So. Jetzt die Frage an euch. Und das ist auch eure Übung für dieses Video. Wie könnt ihr Elemente mit Slice und Plus aus dem letzten Video, ähm, wie könnt ihr damit Elemente an einem ganz speziellen Index einfügen? Das, ähm, dürft ihr hier mal kurz machen. Wir machen gleich die Lösung gemeinsam. Und zwar jetzt. Ich hoffe, ihr habt das alle mal schon probiert und wir gehen jetzt an die Lösung ran. Das heißt, was wir jetzt machen müssen ist, wir bauen uns eine, ähm, Inserted List. Ist gleich so. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir wollen Basic List. Also es ist umständig, aber es ist immer noch eine Immutable Liste und mit der geht es nicht wirklich einfacher. Ähm, Basic List.Slice. Wir wollen jetzt zum Beispiel an Index 2 was einfügen, ja. Das heißt, wir sagen hier, wir hätten ganz gerne von 0 bis 2 alle Elemente. Dann, da kommt ja eine Liste bei raus, sagen wir, wir wollen ein Element einfügen, zum Beispiel die 9. Und dann sagen wir hier wieder, wir hätten ganz gerne die Basic List.Slice. Und zwar an den Stellen 3 bis, ähm, Basic, äh, okay, jetzt wird es langsam lang, ne? Basic List.Size. Okay. So, das heißt, wir gehen hier quasi von 0 bis 2. Dann fügen wir die 9 ein. Oh ja, ich sollte vielleicht ein bisschen denken. Mein Gehirn sollte ich vielleicht auch entscheiden. Ähm, Printline Inserted List. So, und hier natürlich nicht bis zur Size hin, sondern bis Size minus 1. Logischerweise, wenn wir bis Size gehen, dann haben wir hier ein Out-of-Bounds-Exception. Ähm, genau. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben hier offensichtlich gerade die Inserted List 4, 1, 2. Das sind die ersten, ähm, 3 Elemente, also bei Index 2, den haben wir noch eingefügt. Und dann wird die 9 eingefügt an dem, an der folgenden Zahl. Und anschließend kommen dann eben die anderen Indizes, das heißt 3, 4 und 5. Und dann sind wir am Ende angekommen. Und so könnt ihr tatsächlich jetzt hier ein Element an einer ganz speziellen Stelle einfügen. Es ist nicht besonders effizient, weil wir hier zweimal slicen müssen. Und wir müssen das Element einfügen, beziehungsweise dreimal eine Liste konkatenieren. Ähm. Nicht besonders effizient, aber es funktioniert wunderbarstens. Und ja, wenn ihr einen anderen Index haben wollt, dann könnt ihr natürlich hier einfach sagen, ich hätte ganz gerne von 0 und 1 und dann von 2 bis Ende. Also quasi das ist ein Slice und das ist ein Slice und dazwischen fügen wir dieses Element ein. Also hier. Das wäre dann diese Variante. Ja, also so funktioniert das damit. Gut, das ist quasi die Übung gewesen für heute. Ähm. Und ja, aber wir sind noch nicht fertig. Ich weiß, ähm, sehr seltsame Reihenfolge. Was wir nämlich auch machen können, ist, wir können eine Liste aufschneiden in verschiedene Stückchen. Also gleich große Happen sozusagen. Denkt dabei wirklich an eine Zwiebel, die ihr in gleich große Stücke schneiden wollt. Ähm. So, und jetzt können wir hier die Chunkgröße angeben und zwar sagen wir da einfach mal 2 dazu. Und dann printen wir unsere, ähm, ich muss jetzt mal Chunk angeben. Chunk. Damit wir auch, äh, äh, wissen, was da quasi ausgegeben wird. So. Chunk sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Und das ist jetzt wieder mal interessant. Wir haben eine Liste aus Listen. Ja, meine Damen und Herren. Und das ist, ähm, auch möglich. Ja, aber das habe ich euch bei Arrays schon gezeigt. Ich denke nicht, dass es irgendwen erstaunen wird, dass man auch Listen aus Listen haben kann. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Liste, die aus 3 Listen besteht. Und zwar eine Liste mit 4, 1. Eine Liste mit 2, 0. Und eine Liste mit 3, 4. Und, naja, da wir hier das im Endeffekt so hatten, also ich arbeite ja immer auf der Basic-Liste. Ich habe nicht auf der Inserted-Liste oder sowas gearbeitet. Ähm, da haben wir dann im Endeffekt die ersten 2 Elemente. Also 2 Elemente, nochmal 2 Elemente und nochmal 2 Elemente, ja. Also nichts Besonderes. Und, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich nützlicher Trick, wenn man eigentlich mal so seine Liste haben möchte. Wenn ich jetzt hier durch meine Chunk-Liste durchlaufe, dann bekomme ich jeweils, also bei jedem, jedes Element ist im Endeffekt auch wieder eine Liste, okay. Das heißt, ich kann hier wieder zweimal Vorschleife verwenden und so weiter und so fort. Das haben wir ja schon mit Arrays auch gemacht. Es hat sich überhaupt nichts geändert für die Listen. Gut, und ja, das ist eigentlich auch schon alles für dieses Video, was ich euch zeigen wollte. Ähm, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.